Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema, der Betrug funktioniert immer wieder, obwohl die Menschen eigentlich aufgeklärt sein sollten. 55-Jährige überweist Geld an Betrüger. Eine Frau bekommt eine SMS von ihrer vermeintlichen Tochter, die angeblich in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Erst nach der ersten Überweisung wird sie stutzig. Eine 55-Jährige ist von Betrügern um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Und das tatsächlich schon mit einer Überweisung. Diese hatte die Frau per SMS kontaktiert, also die Tochter, und sich als ihre Tochter eben ausgegeben, die angeblich in finanziellen Nöten steckt und deshalb dringend Geld benötigt. Die Kommunikation wechselte im weiteren Verlauf zum Messenger-Dienst WhatsApp. Die vermeintliche Tochter wies die 55-Jährige an, mehrere Überweisungen zu tätigen. Nachdem die Frau der Bitte in einem Fall nachgekommen und im Anschluss um eine weitere Überweisung gebeten worden war, wurde sie stutzig. Der Betrug flog auf und die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Bei dieser Masche handelt es sich um die bekannte Hallo Mama, Hallo Papa SMS-Abzocke, die wir bereits in einem vorherigen Infovideo behandelt haben. Es ist schon Wahnsinn, dass es tatsächlich Menschen gibt, die da ihr Geld einzahlen. Aber klar, man spielt hier mit Nöten und Ängsten von, ja, Familienmitgliedern. Und das ist tatsächlich auch der Knackpunkt an der Geschichte. Viele Menschen reagieren hier über und überweisen ihr Geld. Doch das ist nicht der einzigste Betrug, der hier bekannt geworden ist. Angebliche Polizisten betrügen Senioren um mehrere tausend Euro. Noch ein weiterer Fall, von dem ich euch erzählen möchte. Betrüger haben im Ort Wernau im Kreis Esslingen einer Senioren mehrere tausend Euro abgeknüpft, indem sie sich als Polizisten ausgegeben haben. Die Polizei klärt zu dieser Masche auf. Wie die Polizei berichtet, erhielt die ältere Frau gegen mittags einen Anruf. Im Laufe des Gesprächs behauptete der Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, dass das Hab und Gut der Frau wegen eines Einbruchs in der Nachbarschaft nicht sicher sei. Außerdem, so die Betrüger, müsse auch das Geld auf der Bank auf Echtheit kontrolliert werden. Nun ja, und hier ist tatsächlich auch schon der komische Knackpunkt, wieso man darauf reinfällt. Denn das Geld auf der Bank liegt ja in der Regel nicht in einem Schließfach, sondern kommt aus dem Geldautomaten oder frisch aus dem Tresor. Die Scheine, die man dort erhält, sind in den allermeisten Fällen frisch gedruckte Banknoten. Denn wenn die Bank das Geld irgendwann mal zurückerhält, wird es in den meisten Fällen geschreddert und wiederverwertet bzw. verbrannt und nicht mehr weiter benutzt. Von daher kommt ja das Geld direkt frisch von der Bank. Und das ist ja nicht das Geld der Frau. In dem Sinne. In Sorge um ihr Erspartes schenkte die Frau dem Anrufer Glauben und hob mehrere tausend Euro von ihrem Konto ab. In einem weiteren Telefonat ergab sie den Kriminellen die Seriennummern einiger abgehobener Geldscheine durch. Die Betrüger behaupteten darauf hin, dass es sich dabei teilweise um Falschgeld handele. Nun ja, aus dem Bankautomaten Falschgeld? Wie gefordert legte die Dame das Geld anschließend vor ihrer Wohnanschrift für die Abholung durch einen angeblichen Polizeibeamten bereit. Es ist schon krass. Erst später flog der Betrug auf, nachdem die Kohle weg war. Die Polizei warnt vor Betrügern mit dieser oder ähnlichen Maschen. Die Polizei wird nie bei jemanden anrufen, um dich über dein Vermögen auszufragen oder dich zur Übergabe von Geld und anderen Vermögenswerten auffordern und schon gar nicht das Geld irgendwo ablegen, damit es dann jemand abholt. Gebe nie Informationen über deine persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis. Sofern jemand bei euch anruft oder euch eine E-Mail schreibt oder bei euch vor der Haustür steht. Sowas passiert immer schriftlich. Also schriftlich in Form eines Briefes, falls es mal irgendeine Klärung gibt. Aber definitiv nicht übers Telefon und schon gar nicht an der Haustür. Lasse dein Vermögen da, wo es ist und hebe kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten zu übergeben. Die Polizei würde euch niemals dazu auffordern, Geld von eurem Konto abzuheben, um es danach auf Echtheit zu überprüfen. Denn das Geld, was aus dem Automaten kommt, lag vorher ja nicht auf eurem Konto, sondern in einer Geldkassette von der Bank. Notiere die angezeigte Telefonnummer, die in deinem Telefondisplay steht. Den Namen des Anrufers und die angegebene Dienststelle des angeblichen Polizeibeamten am Telefon und lege direkt auf. Nehme stattdessen Kontakt mit der dir bekannten Polizeidienststelle in deiner Nähe auf. Wichtig, nicht die Rückruftaste drücken, sonst landest du eventuell wieder bei den Kriminellen. Suche die Nummer selbst heraus oder wähle den Polizeinotruf 110. Die Polizeidienststellen aus eurer Nähe haben auch eine direkte Telefonnummer, die man im Telefonbuch herausfinden kann. Oder direkt im Internet, eben über die Google-Suche zum Beispiel. Ziehe grundsätzlich auch einen Angehörigen oder eine Person deines Vertrauens zurate. Um dich mit dieser Person eventuell abzusprechen und vielleicht, dass dich auch jemand zu Hause besuchen kommt, sofern du alleine bist oder eben auch grundsätzlich alleine wohnst. Für den Fall, dass jemand bei dir zu Hause vorbeikommt. Um einfach sicherer zu sein, ist es grundsätzlich ratsam, dir in solchen Fällen bei solchen Anrufen jemanden zu deiner Seite zu holen. Es ist tatsächlich wahnsinnig, was die Betrüger sich alles einfallen lassen, um irgendwie an euer Geld zu kommen. Egal wie plump oder raffiniert die Fälle sind, grundsätzlich sollte man immer eine Anzeige erstatten, wenn euch mal so ein Anruf oder sogar ein Türgespräch erreicht. Sollte irgendjemand Fremdes vor eurer Tür stehen, macht grundsätzlich nicht einfach auf. Sollte die Polizei vor eurer Tür stehen, versichert oder rückversichert euch auch immer, ob es wirklich die Polizei ist. Hier kann man auch wieder zur Sicherheit bei der Polizeidienststelle anrufen. Man kann durch die Tür oder durch die Gegensprechanlage den Polizeibeamten nach seiner Dienststelle fragen und vielleicht auch direkt nach der Telefonnummer, um eben erstmal abzuklären, ob der Polizeibeamte, der da vor der Tür steht, echt ist. Es gibt ja auch Fälle, wo wirklich mal ein Polizeibeamter aus irgendwelchen Gründen vor eurer Tür stehen könnte. Es ist aber relativ unwahrscheinlich. Von daher klärt es erst telefonisch ab, ob dieser Polizeibeamte wirklich ein Polizeibeamter ist, der vor eurer Tür steht. Genau das gleiche gilt auch grundsätzlich für ein Telefongespräch. Denn, wie gesagt, die Polizei ruft in der Regel nicht bei euch an. Und wenn es dann doch mal ist, dann wird die auch nicht böse sein, wenn ihr sagt, ich lege jetzt auf und rufe direkt in der Dienststelle an, um das erstmal zu prüfen. Jeder normale Polizeibeamte sollte dafür Verständnis haben. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese gemeinen Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen am Ende betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!